Hermine hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich ein Taxi zu rufen. Sie apparierte bis vor seiner Wohnung und war nicht einmal aufgeregt, als sie die riesige Fassade wieder nach langem vor sich stehen sah. Die Abenddämmerung setzte bereits langsam ein und der Himmel färbte sich marineblau mit einer Mischung aus Türkis und blassem Rosa. Die Kulisse wäre atemberaubend, wenn Hermine nicht vor Wut die Tränen aus den Augen gestiegen wären. Und bevor sie es sich womöglich anders überlegen würde, stampfte sie auf die riesige Haustür zu und klingelte wie wild, den Zauberstab schon griffbereit, um diesem Mistkerl einen Fluch auf den Hals zu jagen. Und es war schon fast lächerlich, wie sie dastand in ihrer weißen Bluse, die elegant in ihrer Jeans steckte und der Perlenhandtasche auf ihrer rechten Schulter. Sie sah beim besten Willen nicht so aus, als würde sie jetzt jemanden den Hals umdrehen wollen. Natürlich nur ihrem Erscheinungsbild zu urteilen, ihr Gesicht sprach Bände. Sie klingelte noch einmal Sturm, als plötzlich die Tür schwungvoll aufging und die Haushälterin von Draco überrascht die Tür öffnete. Sofort schluckte Hermine die Wut und er starrte für einen Moment. »Guten Tag, Miss Granger«, rief die freundliche Haushälterin und setzte sofort ein strahlendes Lächeln auf. »Kommen Sie hinein?« »Guten Tag«, ummelte Hermine und zwang sich zu einem Lächeln. Und ehe sie realisieren konnte, stand sie schon wieder in dieser riesigen geräumigen Villa und wurde sich Draco Malfoys Macht und Reichtum bewusst. Es war aber ängstigend und vielleicht auch irgendwie törig zu glauben, dass sie tatsächlich die einzige Frau für ihn war. Hermine wollte allerdings kein Kaffeekränzchen halten. Deswegen wandte sie sich schnell zur Haushälterin um, die ihr schon strahlend einen Platz anbieten und einen Cocktail bringen wollte. Hermine lehnte verhemmend ab. »Nein, nein, vielen Dank«. Hermine überlegte allerdings und stellte in derselben Sekunde fest, dass sie etwas Alkoholisches nach dem bevorstehenden Drama eigentlich gut gebrauchen könnte. »Ich meine, ich komme eventuell darauf zurück. Ich muss aber jetzt dringend mal Mr. Malfoy sprechen. Ist er zu Hause?« Sie spürte, wie sie anfing zu zittern. »Ja, Mr. Malfoy ist oben«, sagte die Haushälterin und studierte mit großen Augen Hermines Erscheinungsbild, als wäre sie fasziniert von ihr. Bevor Hermine weiter nachdenken konnte, lief sie los und zeigte mit dem Zeigefinger auf eine Treppe, die einen Anschein nach oben führte. »Dort?« Die Haushälterin nickte perplex mit einem Lächeln. »Oben rechts, zweite Tür, Miss«. Hermine lief los, ohne zurückzublicken. Oben angekommen stand sie auf einem riesigen Flur, der zu sechs verschiedenen Türen führte. Jeweils zwei, rechts und links und am Ende des Flures noch mal zwei. Hermine nahm sich einen Moment, um sich die schwarzen Wände und dann schließlich den Marmorboden anzuschauen. Sie hatte sich nicht einmal die Schuhe ausgezogen und lief gerade über den sauberen Boden. Für einen Moment war Hermine zu Vernunft gekommen und fasste sich verzweifelt an die Stirn. »Was mache ich hier bloß? Das ist doch peinlich, Hermine«, flüsterte sie entsetzt, doch erinnerte sich schließlich daran, dass sie ihn womöglich mit Astoria erwischen könnte. Und wieder überkam sie unermessliche Wut. Sie wollte die Wahrheit von ihm. Sie wollte wissen, was das Ganze sollte. Also lief sie los und rannte zur ersten Tür, wobei der Boden bei jedem ihrer Schritte heilte. Angekommen drückte sie den Knauf. Die Tür war verschlossen. Hermine wandte sich um und erinnerte sich, dass es die zweite Tür rechts sei. Sie nahm tief Luft und lief zu dieser Tür. Kurz bevor sie die Tür aufreißen wollte, öffnete sich die linke Tür am Ende des Flures. Er war es. Und gerade als er aus dem Zimmer hinaustreten wollte, blickte Hermine erstaunt an. Und diese blickte perplex zurück. Er trug nicht mehr als Boxershorts und Badesandalen. Seine Haare waren nass und verwuschelt, als käme er aus der Dusche. Aber Merlin, sein Oberkörper war komplett unbekleidet. Oh Gott, flüsterte Hermine und wandte sich von ihm weg. Sofort schirmte sie ihre Augen ab. Es tut mir leid. Ich bin etwas überrascht. Ich dachte, wir wären um 20 Uhr verabredet, sagte er schmunzelnd und lief langsam auf sie zu. Oh, da habe ich nicht auf die Uhrzeit geachtet, fragte er und es schwang fast Ironie in seiner Stimme. Verabredet? fragte Hermine und es fiel ihr plötzlich ein, wieso sie da war. Sie wandte sich zu ihm um. Verabredet? Sie sahen sich in die Augen und die Chemie zwischen ihnen schien förmlich zu explodieren. Hermine bemühte sich, ihn wütend anzuschauen. Doch es fiel ihr wieder ein, dass er halbnackt vor ihr stand und ermusterte sie nur grinsend. Sofort wurde sie bei dem Anblick wieder verlegen, schirmte ihre Augen wieder ab, ließ es wieder sein und bevor sie darüber nachdenken konnte, nahm sie ihre Perlenhandtasche und holte nach ihm aus. Tu, bist ein Mistkerl! Er wicht zurück, kam auf sie zu und packte sie am Handgelenk, um sie sofort gegen die Wand zu drücken. Wie oft? Habe ich dir bereits gesagt, du sollst mich nicht Mistkerl nennen, flüsterte er rau und blickte zu ihr hinunter. Hermine versuchte sich gegen seinen Griff zu wehren, doch er war stärker. Und dann hielt sie es nicht mehr aus. Ich hasse dich, zischte sie ihm entgegen und blickte ihm wütend in seine ozeanblauen Augen. Ich weiß, lachte er leise und kam ihr näher. Und es war so absurd, dass er in so einem privaten und intimen Moment vor ihr stand, dass es Hermine jegliche Kraft kostete, sich nicht auf ihn zu stürzen. Sie versuchte, seinen Körper zu ignorieren. Du hast dich mit ihr getroffen, obwohl du weißt, was ich für dich fühle. Und das am selben Tag, an dem wir verabredet sind? Er blieb lässig und grinste stolz. Was? Das stimmt natürlich nicht. Aber irgendwie musste ich dich zu mir locken. Hermine verstummte für einige Sekunden. Was? Wieso? fragte sie sofort stürnrunzelnd und bemühte sich, die Tränen zurückzuhalten. Es stimmte nicht? Es gab keine Astoria? Hat Lynette mich für dich belogen? fragte Hermine ungläubig. Dachtest du ernsthaft, du kannst mich gegen meine Sekretärin ausspielen? Er ließ sie grinsend los und lief auf die zweite Tür rechts zu, in der sich anscheinend sein Schlafzimmer befand. Niemand würde freiwillig etwas für dich tun. Was hast du dir dafür angeboten? Eine Gehaltserhöhung? fragte Hermine spöttisch. Ihr Blick fiel unwirklich auf seinen athletischen, leicht muskulösen Körper und schließlich wohlgeformten Hintern, der in weißen Boxershorts steckte. Sofort wandte sie ihren Blick wieder zu seinem Schopf. Merlin sei Dank noch rechtzeitig, denn statt zu antworten, warf er ihr nur einen unwiderstehlichen Blick zu, bevor er mit einem Z hinter der Tür verschwand. Ihr war, als hätte sie etwas auf seinem Handgelenk gesehen, das nicht aussah wie das schwarze Mal. Er ließ die Tür offen und Hermine rang mit sich, ob sie diese überhaupt betreten solle, obwohl sie am liebsten gewusst hätte, was das an seinem Handgelenk war. Hermine, komm rein, sagte er wie selbstverständlich und Hermine starrte die Tür an, während sie sich ihre Perlenhandtasche wieder um die Schultern hängte. Hatte er sie gerade bei ihrem Vornamen genannt? Nun ja, das hatte Hermine ihm ja angeboten, aber trotzdem klang das so merkwürdig. Sie musste bei dem Gedanken lächeln. Generell war alles mit May voll merkwürdig, wenn man ihre gemeinsame Vergangenheit bedachte. Ziehst du dir bitte was an? rief Hermine und hörte ein Lachen aus dem Zimmer. Komm jetzt, Granger, wiederholte er fast liebevoll. Hermine nahm schließlich ihren Mut zusammen, um ins Zimmer zu gehen. Sich umzublicken, dafür hatte sie keine Zeit, denn was ihr in die Augen stach, war abseits ihrer Vorstellungskraft. Pai Merlin. May voll saß auf dem Bett, in seiner Hand ein rothaariger kleiner Kniesel, den er streichelte. Hermine starrte ihn absolut überrascht an und konnte vor lauter Sprachlosigkeit nichts sagen. May voll hatte Haustiere? Danach ausgerechnet ein Kniesel, der aussah wie Krummbein? Ob das ein Zufall war? Der niedliche Kniesel miaute müde und schloss die grünen Augen. Hermine versuchte Luft zu holen, doch es gelang ihr schwer. In ihrem Hals fing es an zu kratzen. Er sieht aus. May voll sah auf, noch immer unbekleidet. Wie dein Kater, ja. Ich habe mir nicht nehmen lassen, nach einem Verwandten zu suchen. Und dann bin ich auf ihn hier gestoßen. Krummbein ist Großvater zweiten Grades. Er stand auf, lief auf Hermine zu und blieb vor ihr stehen mit dem Kniesel in der Hand. Malfoy hob seine ozeanblauen Augen zu Hermine. Er gehört dir. Nach Hause. Besser als in einem Tierheim. Hermine starrte Malfoy an und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie war viel zu fassungslos, als dass sie sprechen konnte. Schließlich ließ sie ihre Perlenhandtasche sinken, um Malfoy mit Tränen überfüllten Augen anzusehen. Das hast du wirklich für mich getan? fragte sie mit brüchiger Stimme. Er sagte nichts, sondern legte ihr mit einem ungewohnt sanften Blick den schlafenden Kniesel in die Arme. Hermine senkte ihren Blick zum Kniesel mit einem so überwältigenden Gesichtsausdruck, dass sie Malfoys Blick an sich spürte. Und während ihre Tränen hinunterkullerten, streichelte sie den schlafenden Kniesel. Hey, murmelte sie ergriffen und konnte noch nicht realisieren, was hier gerade geschah. Sie wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. Dabei versuchte sie, den Blick zu senken, damit Malfoy sie nicht weinen sah. So gerührt war sie in ihrem Leben noch nicht. Ich zieh mir was über, damit wir gleich los können, sagte Malfoy und verschwand für einen Moment aus dem Zimmer. Und Hermine war fassungslos, wie dieser normalerweise aristokratisch und unterkühlt wirkende Mann mit der harten Fassade so verständnisvoll sein konnte. Sie blickte ihm nach und fuhr sich über die Augen, um die Tränen schnell zu trocknen. Und so weich, wie ihre Knie sich gerade anfühlten, brauchte sie für einen Moment eine Sitzgelegenheit, um nicht einzuknicken. Sie blickte sich um und bemerkte inmitten des Zimmers ein riesiges, dampgrünes Bett, auf das sie sich langsam setzte. So nahm sie sich die Zeit, sich in dem luxuriösen Zimmer umzusehen. Der Boden war ausgelegt mit einem riesigen, ebenso grünen Teppich, der mit silbernen Ornamenten gemustert war. Unter dem Teppich war ein heller Marmorboden. Die Schränke waren in einem beigen Vintage-Stil und sahen nicht so aus, als wären sie für Kleidung gedacht. Außerdem meinte Malfoy, er würde sich umziehen und war deswegen hinausgegangen. Was dort wohl in den Schränken drin war? Hermine ließ ihre Augen wandern, während sie den schlafenden Kniesel streichelte. In einer Vitrine standen einige Pokale, darunter Quidditch-Pokale. Ob er Quidditch noch spielte? Mein Merlin, flüsterte Hermine erstaunt und sah am Ende des Zimmers eine riesige Wanne, die sie als Whirlpool identifizierte. Fast musste sie schmunzeln. Malfoy ohne Luxus wäre wie Urlaub ohne mehr. Das war typisch für ihn. Ob er diesen oft benutzte? Fast errötete sie bei dem Gedanken, ihn im Whirlpool entspannen zu sehen. Hermine ließ den Blick weiter wandern. Einige Porträts hingen an seinen Wänden. Eines von seinen Eltern, das wohl neuer sein musste, denn sie trugen einige Falten mehr, so wie Hermine sie kürzlich gesehen hatte. Und das Porträt war beweglich, was Hermine beängstigend fand, denn die Malfoys musterten sie streng und kritisch wie im wahren Leben. Sofort blickte Hermine von ihnen weg, denn es überkam sie ein schlechtes Gefühl bei dem Gedanken an ihnen. Sie studierte die anderen Porträts, die eher kunstvoll mit Bergen oder Meeren ausgestellt waren. Plötzlich streckte sich der Kniesel in Hermines Armen und tapste einige Schritte aufs Bett, um es sich dort bequem zu machen. Hermine beobachtete gerührt, wie er auf das Kissen zutapste und es sich dort gemütlich machte. Und bevor sie darüber nachdachte, legte Hermine sich aufs Bett und wandte sich seitlich zu dem Kniesel, um ihn weiter zu streicheln und zu beobachten. Weißt du, wie viel mir dein Opa bedeutet? Und jetzt habe ich dich. Ich werde mich gut um dich kümmern, flüsterte sie sanft. Der Kniesel kam auf sie zu und kuschelte sich in ihren Arm, während sie beide auf dem Bett lagen. Dabei inhalierte Hermine den frischen und herben Duft der Bettwäsche. Der vertraute Geruch hüllte sie in eine Art von Trance, während sie den Kniesel partout nicht losließ und beobachtete. Er erinnerte sie schmerzlich an Krummbein, doch gab ihr andererseits ein wunderschönes Gefühl, das sie lange nicht mehr hatte. Wie sollen wir dich nennen? Hm? Oder hast du schon einen Namen? fragte Hermine sanft und lächelte. Ich dachte da an Garfield, aber du kannst entscheiden, ist immerhin deiner, hörte sie die Stimme von Malfoy, der umgezogen ins Zimmer zurückkam. Er blieb für einen Moment stehen und blickte sie überrascht an. Er hätte wohl nicht damit gerechnet, dass Hermine in seinem Bett lag. Ihr war, als läge ein leichtes Schmunzeln um seinen Lippen und er versuchte, es sich zu verkneifen. Sofort schreckte Hermine von der Position auf. Es tut mir leid, dass ich in deinem Bett, ummelte sie verlegen, stand auf und rückte sich die Kleidung zurecht. Dann nahm sie den Kniesel in den Arm und streichelte ihn weiter mit gesenktem Blick und hochroten Wangen. Malfoy runzelte nur die Stirn und machte eine Grimasse in ihre Richtung, während er zu dem Schrank lief, den Hermine so interessant fand. Dabei musterte sie seine Kleidung. Er trug ein weißes Hemd und eine karamellfarbene elegante Hose. Die Kleidung im Kontrast zu seinem blonden Haar und den unnatürlich hellen Augen sah schon fast majestätisch aus. Er schnaubte belustigt, als Reaktion zu Hermines Entschuldigen auf seinem Bett gelegen zu haben und öffnete die Schranktür. Hermine blickte interessiert aus den Augenwinkeln. Es war eine Ansammlung an verflucht teuren Uhren. Aha. Er nahm sich einer aus dem Schrank und legte sie sich um sein Handgelenk. Wenn dir selbst das zu viel ist, was muss ich denn für einen Kuss tun? Fünf elternlose Kinder adoptieren? Den Mount Everest besteigen? Mir den Segen von deinem Vater holen? Ihm sieben Kamele zum Tausch geben? Hermine blickte ihn fassungslos an. Hatte er tatsächlich über einen Kuss gesprochen? Sofort versuchte sie es zu überspielen, während ihr die Hitze ins Gesicht stieg. Sie setzte ein spielerisches Lächeln auf. Was erwartest du, wenn ich eine halbe Stunde vorher erzählt bekomme, dass du dich mit deiner Ex-Freundin triffst? Dass ich dir um den Hals springe? Mit dir die Welt bereise? Dir zum Dank einen Heiratsantrag mache? Hm? Mel voll lachte kurz, während er sich die Uhr um sein Handgelenk klickte, die, wie der Rest der anderen Uhrensammlung, wahrscheinlich von unfassbarem Wert war. Es war nur ein Spaß, grinste er in ihre Richtung und Hermine hob ihren Blick zu ihm. Dann sollte dir jemand wohl den Begriff Spaß nochmal näher bringen. Ich habe nämlich nicht gelacht. Er musterte sie für einen Moment mit einem intensiven Blick von oben nach unten. Schließlich wandte er sich mit ganzem Körper zu ihr und kam, um sich zu ihr zu stellen, sodass Hermine verstummte. Hör ich etwa Eifersucht raus? Er hob fragend eine Brau und bemühte sich ernst auszusehen. Hermine überlegte für einen Moment erneut spöttisch zu antworten, doch überlegte es sich anders. Es hatte sie verletzt und das sollte er wissen. Deswegen blickte sie ihm in die Augen. Wäre ich sonst hierher gekommen, wenn es mir egal wäre? Er hob überrascht seine Brauen und sah sie mit so einer Sanftheit im Blick an, dass sie befürchtet, ihre Knie würden wegknicken. Betont langsam lief er auf Hermine zu, die sofort die Luft anhielt, als es an der Tür anklopfte. Sofort atmete Hermine enttäuscht aus. Ob er vorhatte, sie zu küssen? Allein der Gedanke ließ sie enorm erröten. Ja, bitte, pustete der Blonde gestresst aus und fuhr sich über seinen Schopf. Seine Haushälterin steckte gespannt den Kopf ins Zimmer und ließ ihren Blick von Hermine und zu ihm zurückwandern. Und aus Verlegenheit rückten die beiden ein Stück voneinander weg. Es war eine ziemlich befremdliche Situation und sie konnte sich nicht vorstellen, dass Malfoy gerne intime Berührungen und Situationen in Anwesenheit von anderen teilte. Er war ja in der Vergangenheit in Hermines Nähe oft distanziert, wenn es um Nähe ging, selbst wenn sie alleine waren. Ich hoffe, ich störe nicht, Mr. Malfoy, aber der Senior versucht, sie über den Kamin zu erreichen. Das war das Stichwort. Und sofort bekam Hermine schlechte Laune. Alleine, wenn sie an seine Eltern dachte, entlitten ihr jegliche Gesichtszüge. Ihm schien es genauso zu gehen, doch er nickte seriös. Ich ruf gleich zurück. Machen Sie bitte Feierabend. Seine Haushälterin zog sich mit einem vielsagenden Blick an Hermine zurück und ließ die beiden wieder allein. Gerade als sich Malfoy wieder zu ihr umwandte, streckte sie ihren Kopf wieder hinein. Sie sehen auf dem Titelbild des Tagespropheten sehr hübsch aus, Miss Granger. Malfoy starrte seine Haushälterin mit hochgezogenen Brauen an. Sie ließ ihren Blick von ihm zu Hermine und wieder zurückwandern. Dann lachte sie verlegen. Mit Mr. Malfoy von ihrer Seite wäre das Titelbild natürlich am besten gewesen. Hermine lief feuerrot an. Ihr Blick fiel sofort auf Malfoy, der solche Situationen immer ohne einen Hauf von Verlegenheit meisterte. Doch dieses Mal trug er ein jungenhaftes Grinsen im Gesicht und Hermine war sich sicher, dass es ihn aus der Bahn gebracht hatte. Die Brünette preste amüsiert die Lippen zusammen, wenn er wüsste, wie unwiderstehlich ihn das machte. Er versuchte noch mit einer spielerisch selbstbestimmten Stimme seine Verlegenheit zu überspielen. Schönen Feierabend, sagte ich. Oh, na gut, dann, äh, tolle Rede, Miss Granger, tolle Rede. Hermine lächelte mit zusammengeknüpfenen Lippen, um sich das Lachen zu verkneifen, denn Malfoy schien die Situation ziemlich aus der Bahn zu bringen. Er wandte sich zu Hermine um und versuchte einen ernsten Gesichtsausdruck einzusetzen, was ihm nicht ganz gelang. Denn er versuchte sich gehörig das Lachen zu verkneifen. Verzeihung, ich bin in zehn Minuten wieder zurück. Ich muss jemandem hier den Ausgang zeigen. Ich bringe das Telefonort auch hinter mir. Dann können wir los. Er wandte sich sofort zum Gehen um. An der Tür wandte er sich noch einmal zu ihr um und lächelte und Hermine hatte das Gefühl, als wäre ihr Herz für einen Moment stehen geblieben, vor lauter Gefühlen. Somit verließ er das Zimmer und ließ Hermine für einen Moment mit dem kleinen Kater allein. Die Brünette atmete lächelnd durch und streichelte Garfield über das orangekupfernde Fell. Magst du den auch so sehr wie ich? fragte Hermine leise, als der kleine Kater dann langsam seine grünen Augen öffnete und Hermine intensiv beobachtete. Die Brünette setzte sich erneut aufs Bett und kraulte ihn hinter den Ohren. Dabei kamen ihre Gedanken auf wie bei Krummbein. Krummbein war ein komplett gegensätzlicher Charakter als Garfield. Krummbein war eher kratzbürstiger, mochte keine Berührungen, war aber nach innen hin der herzlichste und einfühlsamste Kater, den Hermine jemals gesehen hatte. Und sie liebte ihn aufrichtig. Die Gedanken an Krummbein ließen Hermine traurig werden und nachdem Malfoy schon seit einigen Minuten unten am Kamin mit gedämpfter Stimme gesprochen hatte, nahm Hermine ihr Handy raus und rief Ginny an. Ginny! flüsterte Hermine und sofort brawerte ihre Freunde wild rauflos. Und? Seid ihr schon zurück? Hermine blickte zur Tür, die einen Spalt geöffnet war, lief hin, schloss sie und setzte sich lächelnd aufs Bett. Er hat mir einen Kniesel geschenkt, der mit Krummbein verwandt ist. Bei dem Satz fingen Hermines Augen zu tränen, denn ihr wurde die Macht der Worte bewusst. Was? fragte eine männliche Stimme und Hermine erschrak. Es war ein Rascheln am Telefon und plötzlich hörte Hermine, wie sich Harry und Ginny wie zwei Bekloppte um das Telefon stritten. Dabei drückten sie ständig Ziffern, sodass Hermine den Hörer von sich weghalten musste, weil es so laut war. Hallo? Harry? Ginny? wispelte Hermine am Telefon und hörte nur noch, wie die beiden sich rangelten. Sie hat Ginny angerufen. Mich ich zahle die Handyrechnung. Harry, ich habe heute deine Wäsche gewaschen. Mit Magie, Ginny. Du musstest nur den Zauberstab schwingen. Dann mach's in Zukunft selbst. Es ist trotzdem mit gewesen von mir. War es auch, mein Schatz. Es wäre aber noch netter, wenn du mir Hermine gibst. Ich muss sie wegen der Arbeit etwas fragen. Hermine versuchte, die beiden zu beruhigen. Hallo? Hallo, Leute, kommt schon. Ich kann nicht laut sprechen. Harry, Ginny, beruhigt euch. Ihr seid doch sonst so ein Herz und eine See. Doch Ginny's Stimme übertönte Hermine. Die bescheuerte Arbeit kann warten, wenn sie gerade ein Date hat, du Blödmann. Das gehört zu der Arbeit. Ich bin Aurora und muss schauen, ob er bei meiner besten Freundin ernste Absichten hat. Hermine rollte mit den Augen und legte den Hörer einfach auf. In dem Moment kam auch Malfoy zurück ins Zimmer und Hermine sprang vom Bett auf. Er blickte sie grinsend an. Warum bist du so erschrocken, wenn du mich siehst? Hermine hielt ihr Handy in die Höhe. Nein, ich habe eben telefoniert und mich dann erschrocken, als du hineinkamst. Seine Augen blitzten, während er sich sein Jackett anzog. Ach ja, mit wem? Sie richtete sich den Kragen und seine Augen wanderten zu Hermines Telefon in der Hand, als der Kniesel plötzlich hinuntersprang und aus dem Zimmer rannte. Hey, warte! fragte Hermine mit hochrotem Gesicht und wollte den Kniesel gerade hinterher, als sich Malfoy Hermine in den Weg stellte. Ich habe dich was gefragt. Hermine verschränkte selbstbewusst die Arme und wiederholte den Satz, den er ihr vorhin vorwarf, mit einem grinsenden Gesicht. Bist du etwa eifersüchtig? Er fing auch an zu grinsen und hob mit einem süffisanten Lächeln seine Braue. Forderst du mich gerade heraus, Miss Granger? Hermine tat, als würde sie überlegen. Hm, vielleicht Mr. Malfoy? Ihr Herz fing unangenehm unregelmäßig anzuschlagen. Er schritt näher an sie heran. Bei Merlin, sie waren gerade ganz alleine. Was, wenn ich es bin? fragte er rau und Hermine machte grinsend einige Schritte zurück, während er wie ein Raubtier auf sie zulief. Du bist eifersüchtig, Malfoy, grinste Hermine und stieß mit den Beinen an den Rand seines riesigen Bettes. Und du warst es vorhin nicht? Oder weswegen wolltest du mich mit deiner Perlenhandtasche erschlagen? fragte er sie und Hermine fühlte, wie er schon schwindelig vor Aufregung wurde. Er hatte ein so wunderschönes, markantes Gesicht, ob er sich seinem Charme bewusst war. Hermine lächelte übertrieben. Malfoy, ich war sauer, weil ich dachte, dass du mich belügst. Das ist alles. Hermine überlegte einen Moment mit geröteten Wangen und versuchte, das Thema zu wechseln. Also, wohin verschlägt es uns heute? Er hob überrascht den Blick und setzte wieder dieses unwiderstehliche, jungenhafte Grinsen auf. Ja, ich hoffe, du hast dir heute viel Zeit genommen. Hermine machte grinsend einige Masse. Was hast du vor? Er zuckte Grinsen mit der Schulter und wandte sich um, um seinen Zauberstab von der Kommode zu holen und ihn lässig in seine Hosentasche verschwinden zu lassen. Was denn wohl? Dich ganz Hufflepuff-like ausführen. Hermine kicherte kopfschüttelnd, während er ebenfalls eine Grimasse zog. Obwohl ich doch eher meinen Slytherin-Wurzeln treu bleiben würde. Hermine stockte kurz der Atem und sie errötete. Das war ein eindeutiges Signal, denn sein Grinsen verriet ihn. Seine Augen blitzten vor Vergnügung und sahen sie von oben herab an. Doch den Triumph wollte sie ihm nicht lassen. Der Gwinnette reckte selbstbewusst ihr Kinn in die Höhe. Na dann zeig mal, ob du als potenzieller Hufflepuff geeignet wärst. Er streckte mit einem tiefen Blick seine Hand aus. Na meine Hand. Wir apparieren? fragte Hermine erstaunt. Er nickte grinsend und drückte Hermines Finger sanft, als sie diese in seine starke Hand legte. Hey, sag schon, was hast du vor? fragte sie schüchtern und fühlte tiefe Sehnsucht in sich aufsteigen. Seine Augen waren elektrisierend und sie hatte Mühe, seinen Blick standzuhalten, ohne vor Schüchternheit einzuknicken. Ist eine Überraschung. Nur eine? Hört das auch auf? lachte Hermine kopfschüttelnd und senkte verlegend den Kopf. Per Merlin, du hast genug für mich getan. Ich weiß nicht, wie ich es dir jemals zurückgeben kann. Er kam näher an Hermines Ohr heran, während sie schüchtern im Blick gesenkt hielt. Du wirst schon etwas finden, das mir gerecht wird. Hermine hielt für einen Moment die Luft an und blickte auf ihren beiden verschränkten Finger. Da war er wieder. Dieser smaragdgrüne Ring an seinem Finger. Ob sie vielleicht in einen ruhigen Ort apparieren würden? Ob sie diesem geheimnisvollen Mann heute wirklich alle ihre restlichen unbeantworteten Fragen stellen konnte? Ob sie heute ungestört sein würden? Bei dem Gedanken wurde Hermine schon fast schwindelig. Halt dich gut fest, flüsterte er rau und zuck Hermine an seine Brust, um sie an sich zu drücken. Sofort überkam sie eine Gänsehaut, als ihr sein vertrauter, herber Duft in die Nase stieg. Und bevor sie noch etwas sagen konnte, wurde sie von einem Strudel gerissen, der sie beide um den Kreis wirbelte und an einen anderen Ort beförderte.